3, 2, 1! Tralala und Topsassa! Wollen wir zum Oktoberfest? Ach ja, stimmt. Da wollten wir erstmal hin. Was geht ab Oktoberfest? Der Gegner ist da. Da war sie. Die von gestern. Die Brezelfrau. Sind Sie von der Security hier? Ich möchte Sie nur warnen. Gestern bin ich da ausgerutscht. Diese helle Platte, die ist gefährlich. Sind da andere Leute auch ausgerutscht? Ja. Ja? Ja, es sind viele ausgerutscht. Wir gehen jetzt zur Frau, mit der wir uns gestern ein bisschen gestritten haben. Ich gehe dazu. Hallo, haben wir uns gestern hier schon gesehen? Nein, eigentlich kann der falsche Stand sein. Weil heute sind eigentlich alle da, die gestern auch da. Ja, ok. Sie sah der Frau wirklich ähnlich? Hey, guck mal. Schießen. Minions. Wie viele Schüsse muss man treffen für einen kleinen Minion? Sehen. Nein, ich bin schon. Vater und Sohn machen heute ein bisschen Schießerei. Also auf dem Oktoberfest. Verdammt. Oh! Jawoll! Verdammt. Okay, du darfst jetzt nichts mehr missen. Jawoll! Vier! Du bist so krass! Oh! Ronny, wie fühlst du dich? Wie ein Macher. Aber noch ist alles möglich. Ronny, Ronny, pass auf. Ein Schuss noch. Du hast einen Schuss in deinen Dings noch drin. Wir haben's. Wir haben's, Alter. Minion! Zunehmlich! Alter ist der... Der ist für dich. Ey, der ist geil. Warte, schenkst du ihn mir wirklich jetzt? Ich schenk mir den. Das sind 10 Euro, Minion. Okay, behandle den gut. Ja, ohne... Ach du Heilige! Was denn? Streamst du auf Instagram? Was gibst du? Das ist also... Ähm, hast du schon Haudyn Lukas gespielt? Fortnite? Was hast du falsch gemacht? Das hier ist einer meiner Zuschauer auf Twitch und er ist bei mir permanent im Chat gebannt. Und deswegen haben wir uns gebattelt. Wenn du bei Haudyn Lukas besser scorst als ich, dann wirst du bei mir entbannt im Chat. So, das ist doch was. Nimmst du die Aerosolung an? Ja, gerne. Okay. Er ist jetzt schon zum zweiten Mal ans Zweite angekommen. Mehr Schwung, mehr Schwung, mehr Schwung. Okay, ich hab ihn fallen lassen einfach noch. Okay, Wally, ich komm auf die andere Seite. Ja, so! Auch nicht. Okay, okay. Die Glocke soll läuten. Mehr Schwung, noch mehr. Ah, das war noch weniger. Ah! Alter, ungefähr bis Fanny. Okay, Wally ist dran. Was war das? Hey! Dann hatten wir ein bisschen Durst und wollten uns erstmal eine Maske gönnen. Und dann haben wir diese Engländer gefunden und die haben wirklich den ganzen Tag gecarried. Auf uns, auf euch! Auf das Leben! Prost! Was ist das? Oha! Ja, Brotherhood drinking! G-Gesäden. G-Gesäden. Das haben Sie nie gesehen. Das bedeutet, dass Sie einen an der Waffle haben. Es bedeutet, dass Sie einen an der Waffle haben. Das bedeutet, dass Sie einen auf der Waffle haben. Ja! Eeeeee! 3, 2, 1, GO! Ronny gegen Olaf! Look at this, look at this, look at this! Ronny is half my age! Oh my god, Olaf! Olaf, are you ready? 3, 2, 1, GO! Oh my god, oh my god! What is happening? Yeah! Ronny! Ronny! We did a great match! Epic! No, come, we're going! No, 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 no! Film in, film in, film! Bro! Dice loss! Hey, pack mi ninho! Truing, chatting, truing, buggers, hypers... Groh, bro! Truing, truing chatters, chatter... Try hard! Dica, du bist so durch! Ich hab' ein bisschen verkackt hier, ne? Bro! Das ist der beste Kater der Welt! Der Mann hat meine Videos geschnitten. Jetzt haben mich beide verletzt. Man bezahlt 5 Euro, um einmal noch runter zu rutschen. Ah, der Olli, der. Oh, oh, scheiße.